Wir sind nahe bei unseren Kunden. Ein regelmässiger Austausch ist uns wichtig. Nur so können wir verstehen, wie sie arbeiten und welche Betreuung sie brauchen. Wir sind hier in der Schreinerei Weidmann in Möli. Wir sind froh, dass wir auch in dieser Zeit nahe bei unseren Kunden sein dürfen. Wir besprechen heute Projekte von 2021 und in denen wir in den nächsten Monaten unsere Berührungspunkte haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Anliegen, die wir hatten, sehr spreditiv abwickeln konnten. Und das hoffe ich auch, dass wir das in 2021 auch wieder so absolvieren können. Wir sind ein kleines Team. Jeder hat sein Aufgabengebiet und wir tauschen uns regelmässig aus. Entweder im Büro, persönlich, oder wenn wir gerade im Homeoffice sind, via Telefant. Romeo und ich suchen jemanden aus der Region, der unser Firmenkundenteam verstärkt. Jemand, der unsere Firmenkunden individuell und ganzheitlich beraten kann. Bei uns zu arbeiten ist eine gute Sache. Wenn auch du auf der Suche nach einer tollen, neuen Herausforderung bist, dann bewirte dich noch heute bei der Reifisenbank Möli.